Ach, zieht euch halt wenigstens zurück. Sie sich halt total da reinmobben und überhaupt nichts mehr zulassen. Ich hasse Ingegänge, ich hasse sie einfach so sehr. Drei Einheiten, gut. Wie viel habe ich noch? Zwei. Hey, ich habe keine Einheit verloren. Boah, ich bin aber gut, ey. Jetzt lege ich richtig los, ey. Jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Spiel geschafft, ich kann aufhören. Okay, ich höre auf. Spiel ist vorbei. Ich mache jetzt Schluss mit einem Let's Play, weil das Spiel habe ich eh gewonnen. Zwei. Ich wusste, ich hätte noch mehr schicken sollen. Ach, schicken wir da einfach noch zwei, komm. Jetzt gehen das alle zur Reparatur. Nein, besser nicht. Ich warte jetzt lieber einen Moment. Ich habe noch ein wenig Zeit. Man muss auch mal warten können. Ja, da oben steht jetzt nicht mehr so viel, dass da noch groß was kommen könnte. Aber ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, wenn ich da noch mal so Reparatur-Einheiten hier so hinbaue. Also eins, zwei, drei, vier. Oh ja, so fünf Stück sollten reichen. Ob, plus, plus, plus. Und ich muss nicht mal kratzen. Äh, habe ich das mitgekriegt? Keine Ahnung. Mega. Ich muss meine Let's Plays ja nicht anhören. Oh, wo fahrt ihr denn? Ach so, ich habe ja da hinten den Ausgang gesetzt. Und da speichern wir noch einmal. Eine interessante Strategie. Der speichert. Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen, ohne uns wieder so total zu verkeilen. Um was träume ich sonst noch? Ja, von hübschen, schnackten Frauen. Aber das ist ein anderes Thema. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Dann fahrt man alle hier so ein bisschen entmobbt. Entmobbt? Was ist das denn? Das ist ein komisches Wort. Es ist entmobbt. Kriege ich da wenigstens ein Atefakt? Nein. Sieht nicht nach einem Atefakt aus. Konstruktion abgeschlossen. Wir schieben unsere Basis ein wenig vor. Meine Basis, genau. Ich habe voll die vier Basis gebaut. Bestehen primär aus Reparatureinrichtungen. Oh, voll der riesen Mob. Aber null Effizienz. Null. Konstruktion abgeschlossen. Überhaupt nicht, wer so viele Einheiten ausgelegt ist. Alles machen sie wieder kaputt. Oh, ich kriege kein Atefakt. Ihr seid solche Wechse. Naja. Aber es gibt Erfahrung. Vielleicht wird mein Commander noch ein bisschen weiter befördert. Wer weiß. Wer weiß. Ob ihr habt das Ding noch in die Luft. Die Spaß ist vernichtet. Einwandfrei. So, jetzt fahren wir mal alle da runter. Na, oh Gott. Vielleicht kann ich da irgendwie so halbwegs effizient aufmarschieren. Na komm. Na also. Jetzt muss ich noch einen guten Punkt finden, mit dem ich in die anderen Basen fahren kann. Den gibt es hier nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, Verstärkungen. Zwei Einheiten. Vernichtungsflachboden. Konstruktion abgeschlossen. Äh, oh Gott. Commander suchen. Commander. Boot, 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 boot. Boot, 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 boot. Gut. Eine Einheit verloren. Nein. 16, 28. Das ist doch eine schöne Armee. Drei fährt jetzt erstmal wieder da runter. Irgendwo außerhalb der Angriffsreiche war da der Feinde. Obwohl, ich könnte... Moment. Idee. Speichern. Meine Ideen, da muss man vorher speichern, sonst wird es nix. Also, wir bauen einen CB-Sendeturm. CB-Turm. Setzen davor ein paar Ripley-Raketen. So, sollte reichen. So, wenn die hier mal so tun, als würden sie repariert werden. Oh, Gott. Konstruktion abgeschlossen. Aha, geil. Oh. Moment. Wenn ich das Ding zerstöre... Hm, dann kehren sie zur Basis zurück. Ach, hier lassen wir überraschen, was passiert, wenn ich das Ding zerstöre. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Dinger da fertig sind und den Feind beschießen. Und die dann alle rüber runterkommen. Stell ich mir gerade leicht unlustig vor. Ach, hier habe ich genug da. Was juckt es mich? Ich spreche trotzdem noch mal. Was soll es hier nicht selbst? Herrlich. Da kann ich da schon mal auf Breiterfond vorfahren und... Vorfahren, ja. Ich fahre mit meinen Allerie-Stellungen vor. Ja, genau. Wum, wum, wum. Genau, wir haben 300 PS, die Dinger. Und wir können 280 fahren oder so. Keine Ahnung. Ist ja geil, die machen gar nichts. Oh, das ist aber eine schöne Sache. Ja, dann könnte ich mir mal in Einheiten ja woanders hinfangen. Schöne Sache, das. Muss ich auch sagen, gefällt mir ausgesprochen gut. Dann könnte ich ja mal so hier da rumfahren und schauen, was da noch so ist. Moppte euch mal da. Konstruktion abgeschlossen. Das ist geil. Die machen halt echt nichts. Oh. Feindliche Stellungen. Die werden wir auch gleich mal platt machen. Mal hier so seitlich noch ein bisschen an Angriff starten. Wo ist... So, mit Raketen und Artillerie. Ja, ich hab Artillerie dabei. Wer mehr neu. Oh. Konstruktion abgeschlossen. Ich sollte meinen Commander vielleicht mal logisch die Einheiten zuweisen. So eine Gruppe Lancer, eine Gruppe Panzer, eine Gruppe Punkbuster, Punk... Bunger Buster. Oh. Battlefield 1942 noch geschädigt. Immer noch. Dabei haben wir schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Konstruktion abgeschlossen. Ach, herrlich. Ich halt gar nichts machen muss. Und jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Komm, zurück 10. Jetzt kommen sie nämlich. Ach, solange ich nicht angreife, kommen sie nicht. Aber ich kann sie mit aller Riebe schießen und die machen nichts. Aber... Angreifen ist ganz tödlich. So, jetzt davon ausgehen, dass wir den Scheiß da unten immer brauchen. Speichere ich nochmal hier. Dann reiß den Müll da unten alles wieder ab. Herrlich. Also, irgendwie hab ich mir jetzt ein wenig mehr vorgestellt in der Mission, ne? So, wirklich, Verteidigungsstimmung kam da jetzt ja nicht auf, ne? Verteidigungsstimmung, äh. Abreißen, 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 abreißen. Wieso sagt mir das niemand, dass ich die abreißen sollte, bevor ich das Spiel, die Mission beende? Weil die ja Energie geben. Wieso komm ich da nicht von alleine drauf? Das sind gute Fragen, die... Warum fahre ich immer noch da unten rum? Weil so Blödsinn da wegzufahren. Schießt ihr nochmal, oder? Ihr ladet alle noch auf. Ich find das so schön. Herrlich. Einfach nur, hey, hallo, was? Was? Wie geht's wieder weg? Achso, okay. Tja, das war's dann. Basis wieder abgebaut. Jetzt sollen wir alle pinkeln, aufs Klo gehen, dann können wir gleich wieder heim. Vor allem pinkeln und aufs Klo gehen. Ja, vielleicht pinkeln wir uns ja einfach irgendwo ins Loch. Da. Ein Herz. Hey, es hat echt die Form wie ein Herz. Okay, es hat ein bisschen... Ein bisschen deformiert, ne, aber... Das macht die Strahlung. Die macht auch so ein schönes Grün auf die Haut nachts. Ja. Wie damals in Chernobyl. Ähm. Ach ja, über sowas darf man ja wieder keine Witze machen. Ach nein, Moment. Darüber darf man schon Witze machen. Über Nazi-Zeit darf man keine Witze machen. Ja, liebe Kinder, das ist ein großer Unterschied. So, wo schicke ich die jetzt am besten hin? Das ist alles irgendwie scheiße hier zum Angreifen. Frontal reinkommen, hat doch keinen Sinn. Das dauert aber noch einen Moment. Scheißt doch die Wand an. Ach. Ach, herrlich. Anders kann man es einfach nicht ausdrücken, oder? Gibt es da anderswo alles einfach noch geil dafür? Gibt es vielleicht da noch ein Artefakt? Ach komm, ein Artefakt gönnt er mir doch wenigstens. Ein einziges. Mir will ich doch gar nicht irgendwas zum erforschen. Ich forsche doch so gerne, Jungs. Mach mal die Lancer, Tim. Geil. Nein. Du bleibst jetzt mal schön da. Dieses Mal nicht. Diesmal musst du leider auf den Rückzug verzichten. Komm, mach die Dinger platt. Mach sie platt. Ach, wie sie sich da wieder so herrlich reinquallen. Was habe ich jetzt überhaupt für Wort gesagt? Quail? Ja, Quail. Wie sie sich wieder reinquallen. Ordentlich reingequailt. Kennt jeder das Wort, ne? Stand aus dem Uraltdeutschen. Okay, nochmal speichern. Und zwar hier. So, da machen wir alles platt hier. Machen wir das Ding noch platt, dann können sie keine Einheit mehr bauen. Artefakt entdeckt. Und ich krieg ein... Artefakt entdeckt. Was? Ich krieg mal Verteilungsanlagen? Artefakte? Artefakt wurde gefunden. Artefakt entdeckt. Was? Artefakt wurde gefunden. Was ist das für ein Schmarrn? Nehmen wir das Artefakt auf. Artefakt wurde gefunden. Jetzt zurückziehen. Zurückziehen. Und einfach mal hoffen, dass ich noch nicht gewonnen habe. Nein, nein! Zieht euch zurück. Nein, ich muss das Desk-Board kaputt machen. Oh, geil. Und da sind meine Artillerie. Ich speichere lieber trotzdem nochmal. Speichern! Oh, zieht ihr euch nochmal alle irgendwann zurück? Ey, ich glaub's ja einfach nicht. Anstatt sie zurückzuziehen, mach da da noch und tu da noch und... VTOL-CW-Turm. Bringt ihr irgendwas? Tank-Killer-Rakete? Oh, das sieht aus wie Lancer, nur in zwei Nummern größer. Oh, die sind immer noch da oben. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Oh, ich hab was zum Erforschen bekommen. Moment, hab ich nicht drei Artefakte aufgenommen? Eins, zwei... Das waren drei Artefakte, oder? Ich muss nochmal speichern. Ich brauch... Ich brauch dich. Du. Nur du allein. Kannst diese Mission vollenden, die ich jetzt vorhab. Und die dir wahrscheinlich das Leben kosten wird. Aber mir egal. Ist nicht mein Leben. Von daher interessiert mich das jetzt mal überhaupt nicht. Fahr mal ein wenig schneller. Oh. Scheiße. Ich hab noch nicht gewonnen, oder? Artefakt entdeckt. Nein. Ich hab noch nicht gewonnen. Hoffe ich mal. Na komm, nimm das Artefakt auf. Artefakt wurde gefunden. Gewinne ich jetzt? Besser, ich geh mal kein Risiko ein. Und demontier die Dinger jetzt mal ganz schnell. Was zur Hölle? Besser, ich geh mal kein Risiko ein. So, jetzt hab ich wieder riesen Gruppen hier stehen. Nein, ich hab noch nicht gewonnen. Aber mir fällt da gerade noch was ein. Ich hab hier noch ein Artefakt aufgenommen. Und zwar für... Drehmörser. Pepper to... Pepper Pot. Was? Was ist das denn jetzt schon wieder? So ein Unsinn. Gibt's doch gar nicht. Oh Gott, wo hab ich jetzt die Einheit wieder hingeschickt? Du, dich. Gut, ich hab sie gleich gefunden. Na, zum Glück. Grundlagenforschung? Ich kann auch mehr forschen. VTOLC... Was? Was? Systemforschung abgeschlossen. Okay. Warum kann ich sie jetzt nochmal erforschen? Achso, das für mobile Einheiten, würde ich dann mal sagen. Ah, ich bin schlau. Ich krieg sowas jetzt schon von ganz alleine raus. Ja, meine Genialität kennt keine Grenzen. Und meine Rechtschreib... Rechtschreibfehler, die ich sage, auch nicht. Was? Rechtschreibfehler, die ich sage, hä? Ich red grad mal, dass du ein Unser... Egal. Oh ja, was zur... Tankkiller-Kommettverdächt. Oh Gott, da muss ich all meine Einheiten umrüsten, ne? Wahrscheinlich. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung, aber ich kann nichts weiß, ob ich... Waffenforschung abgeschlossen. Schwere an die Panzerrakete. Wird sie Lenz ablösen? Wer weiß.